Martin Pfeifel ist ein deutscher Schauspieler. Leben Martin Pfeifel besuchte nach dem Abitur und Gelegenheitsjobs im Zirkus Roncalli zunächst ab 1985 für eine Grundausbildung im Bereich Theater und Artistik di Scuola Teatro Dimitri im Tessin mit dem Berufswunsch, Clown zu werden, die er jedoch nach zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgab. Von 1987 bis 1990 absolvierte Pfeifel dann eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Bochum, ehemals Westfälische Schauspielschule. Es folgten Theater-Engagements von 1989 bis 1995 am Schauspielhaus Bochum und von 1995 bis 1997 am Thalia-Theater Hamburg. Am Zürcher Schauspielhaus hatte er 2005 ein Gast-Engagement. Pfeifel spielte zu Beginn seiner Theaterlaufbahn das klassische Theater-Repertoire des jugendlichen Liebhabers. Sein Bühnendebüt gab er 1989 als Gastarbeiter Jorgos in dem Theaterstück Katzlmacher von Rainer Werner Fassbinder am Schauspielhaus Bochum in einer Inszenierung von Volker Schmalöhr. Schmalöhr besetzte Pfeifel auch in Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Unter der Regie von Jürgen Gosch spielte Pfeifel 1991 in Die Möwe von Anton Schecho. Mehrmals arbeitete Pfeifel mit dem Regisseur Frank-Patrick Steckel zusammen. So war Pfeifel in dessen Inszenierungen von Trollos und Kressida von William Shakespeare Der gute Mensch von Saison von Bertolt Brecht und 1994-1995 still in der Titelrolle in Hamlet von William Shakespeare in Steckels Abschiedsinszenierung. Am Schauspielhaus Bochum zu sehen. In Hamburg spielte Pfeifel 1995 den Romeo in Romeo und Julia, wiederum von William Shakespeare. In der Rolle des Rotpeter in Franz Kafkas Ein Bericht für eine Akademie spielte er im März 2011 im Münchner Garsteig. Von der Zeitschrift Theater heute wurde er 1995 als bester Nachwuchs-Schauspieler des Jahres ausgezeichnet. Ab Anfang der 1990er Jahre war Pfeifel auch im Film und im Fernsehen zu sehen. Sein Film-Debüt gab er 1991 in einer kleinen Nebenrolle als SS-Mann in der Filmkomödie Stonk von Helmut Dietl. Mit Sylvie Testou spielte er 1994 in Maries Lied von Nico von Glasow. Unter der Regie von Dominic Graf drehte er 1996 die Komödie Dr. Nock. 1997 war er in Liebe und Verhängnis unter der Regie von Sherry Horman zu sehen. Er verkörperte 1998 den Dichter Friedrich Hölderlin in dem Film Feuerreiter von Nina Große. 1998 spielte er gemeinsam mit Senta Berger in der Komödie mit 50 Küssen Männer anders, wo er als Kunstkritiker Kevin Neuenschwung in das Leben der weiblichen Hauptfigur bringt. Weitere Filmrollen hatte Pfeifel 2001 in Emil und die Detektive von Franziska Buch. 2002 als jüdischer Ehemann an der Seite von Katja Riemann in Rosenstraße von Margarete von Trotter. 2003 in Agnes und seine Brüder von Oskar Röhler. 2004 in Schneeland von Hans W. Geissendörfer. 2005 in Emmas Glück von Senta Dicken und ebenfalls 2005 in Das wahre Leben von Alege Spona. 2008 spielte er in der Verfilmung der Buddenbrooks von Heinrich Brillot den Münchner Hopfenhändler Alois Bömmeneder. Pfeifel wirkte auch in zahlreichen Fernsehfilmen und Fernsehserien mit. Pfeifel wurde im deutschen Fernsehen häufig in mundartlichen Komödien und Heimatfilmen eingesetzt, wo er meist den Rollentypus des attraktiven jugendlichen Liebhabers im bäuerlichen und ländlichen Milieu übernahm. In einer Fernsehneuwehr-Filmung des Romans Die Geierwalli spielte er 2005 den in sich zerrissenen Bauernsohn Josef Gruber an der Seite von Christine Neubauer. In dem Nachkriegsdrama Die Frau des Heimkehrers spielte er 2006 wiederum mit Christine Neubauer als Partnerin. Den gut aussehenden Liebhaber Sebastian. 2006 war Pfeifel nochmals mit Christine Neubauer in der ARD-Fernsehreihe Die Landärztin zu sehen. Die ARD besetzte Pfeifel 2009 außerdem als russischen Arzt Andrei Mikhailov in dem Fernsehfilm Eine Liebe in Petersburg, wo Pfeifel gemeinsam mit Valerini Haus spielte. Für seine Rolle in der ZDF-Verfilmung Kommissar Süden und der Luftgitarrist wurde Martin Pfeifel mit den Grimme-Preis 2010 ausgezeichnet. Pfeifel unterstützt die sozialen Projekte der Prom-Aug-Charity. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin in München. Filmografie Auszeichnungen 2010 Grimme-Preis für seine Darstellung in Kommissar Süden und der Luftgitarrist Auszeichnungen ... ... ... ... ...